Aber... Was? Oh gut, das ist natürlich die Zeichnung kenne ich aus dem Keller. Jo, das ist der Superraum und da ist wieder die 4-4 ich glaube auch alles will sich auf die 4-4 hinweisen, ne? Guck mal, da zahlen und dann 4-4 und da ist wieder das Ding und da ist wieder der endlose Lebenssaft. Ist da jemand? Ne. Muss ich in das Ding rein? Geht es? So, da war ich jetzt aber, äh, war ich ganz kurz eben, what are you doing here? Entschuldigung, ich war kurz eben abgelenkt. Für euch ging das Gameplay normal weiter, aber ich hatte gerade eine Vision. So, ich mach mal kurz wieder den hier, äh, da. Hopp. What are you doing here? What are you doing here? Ja, wat machst du denn da? Ja, wat machst du denn hier? Lalalala, lalalalalala. So, nix Neues. Ah! Ein G wie Gronkh, das ist natürlich verdächtig. Kann das Zufall sein? Ich weiß es nicht. Ja, okay. Gut. Ach, Alter. Hä? Ach, der Schrank mit Schatten. Ich dachte gerade, da sitzt irgendwas. Jetzt fange ich an, Dinge zu sehen. Okay, das ist das hier. Ich packe das mal da rein. Wir werden bald gucken, ob wir den Namen mit drei Symbolen wieder erraten können. So, ich mach wieder. Ich mach wieder zu und wir waren gerade hier. So. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum ist das so warm? So, das haben wir. Prima. Dann müssen wir leider nochmal zurück. Und nochmal schnell den Cleaner holen. So. Muss ja auch alles sauber sein für die Leiche. Nummer 3. Und ich hoffe, bis jetzt noch alles funktioniert. Und noch alles sehr ruhig, ne? Ich wünsche, ich hätte das nicht gesagt. Aber momentan... Oh, da war grad... Unser Freund war wieder da. Ich hab ihn leider zu schnell gesehen. Oh, schade. Ich find ihn sympathisch. So, okay, warte. Gesichtstüchlein schon mal rausholen. So. Und dann wollen wir mal ein bisschen hier. Das kennen wir ja schon. So, kommen Sie mal mit, junger Mann. Los geht's. So, das ist noch offen. Sehr gut. La, 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 la. So. Viele tote Männer hier. Moment. Oh, boah. Oh, boah. Das ist aber, äh, auf Dauer, ne? Hat schon eine Menge Routine. So, ich mach ihn wieder zu. Man will ja auch ungestört bleiben. Hier auch. Will nicht böse sein. So, wen haben wir denn da? Aha. Da seh ich aber schon. Oh, das hat man ja auch nicht alt. Die sind alle nicht alt geworden, ne? Das sind alles junge Leute. Was machen die denn hier? Ist das hier so ein Drogenresort oder was? Oh, die Kratzer auf dem Rücken. Das ist aber bestimmt will er sechs Spiele. Der hat auch ganz viele Krankheiten offenbar. Ganz viele Krankheiten. Das ist nicht gut. Der hat es. So, here we go. Wie haben wir alles? Prima. So. Oliver Close-Off. Ja, versucht wieder jemand Kontakt aufzunehmen. Aber ich bin ganz ehrlich. Ich bin deutscher Beamter. Ich hab keine Zeit für Überirdisches. Linker Arm. Da ist nix. Linkes Leg. Hier mal, hier mal Ginon. Oh, da fehlt noch was. Rash. Ich mach's zu schnell, ne? Linke Schulter ist nix. Linker Arm ist auch nix. Rechts sind die Dinger. Ach, wir hatten zwei. Ne, wir haben noch beide Sachen. Ach, das hat er nicht eingetragen. Hat er nicht eingetragen. Entschuldigung. Das passiert uns Speedrunner manchmal. Äh, ganz kurz. Ne, das wollte ich nicht. Wollte ich nur gucken. Ne, ich mach mal hier so n Ding jetzt hier. So n Beipackzettel. Nein. Mann, Mann, Mann. Ich bin gleich wieder da. So. Dumdi-Dumdi-Dumdi-Dumdi-Dumdi-Dumdi-Dumdi-Dum. Die Liedl. Oma war halt noch gar nicht da. Das ist aber... Ich freu mich immer, wenn Oma uns besuchen kommt. So, pup, so. Junge, 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 Junge. Der kann auch alles essen, wa? Naja gut, jetzt nicht mehr. So, das haben wir. Dann diese Patches, die wir nie aufheben. So, jetzt haben wir die. Prima. Einmal auf, einmal drauf, einmal zu. So, Suppe rein. Ach schön, die war ja cool. Hä, das war voll sympathisch. Aber ist das, wer ist das? Das ist immer die gleiche, ne? Wer ist denn diese, die haben wir schon ein paar mal gesehen. Ist das eine von den vergangenen, oder ist das, ist das, äh, die von unten, die, äh, hier, wie heißt sie? Keine Ahnung. Ich vergesse den Namen immer. Valerie, genau. Valerie. Die, 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 die. So. Das geht alles ein bisschen zu schnell gerade. Uns fehlt noch eine Rune. So. Müsste die Shorts sich nicht aufsaugen? Müsste die Shorts das Blut nicht aufsaugen eigentlich? Fliege. So. Ja, Unterhose zoomt. Wir müssen den eigentlich noch? Das ist ein Plastik-Shorts. Ah, okay, alles klar. So. So, dann gehen wir mal kurz, äh, ich geh noch mal kurz, äh, hier was spielen am Rechner. Was auch nicht, hier. Riverfields Networks How-To. Ah, 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 ah. Okay, cool. Aha. Gut. So. So. Prima. Dann brauchen wir eigentlich nur noch, na, jetzt geht's ja hier aber noch weiter. Ich vergesse das manchmal. So. Das Säcklein. So. Rein da. Und rein da. Das sieht aber nach Stoffunterhose aus. Ist hier eine Naht? Da ist eine Naht. So. Noch ein Schlückchen. Dann sind wir mal durch. Ähm, das Problem ist, wir sind irgendwie zu schnell, hab ich das Gefühl. Uns fehlt halt immer noch die dritte Rune, ne? Ach, ich vergesse das jedes Mal. Ich muss hier erstmal... Ja, 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 ja. Entschuldigung. Irgendwann liegen die hier überall rum. Ich vergesse das jedes Mal. Okay. Kein Hinfallen. So. Einmal vollmachen, bitte. Dann einmal rü... Ja, bitte? Wir haben keinen Termine frei. Keine Termine frei. Hallo. Hallo. Oh. Oh, gut. Ich droppe mal den Tankcleaner, weil ich nicht genau weiß, ob wir gleich irgendwas mitnehmen müssen. Hallo? Ach, da haben... Die haben jetzt hier angebaut. Ja, die Wohnräume sind knapp. Die haben hier angebaut jetzt. Oh Gott. Warte, ich versuche, was zu verstehen. Mein RTL! Ah, okay. Verstehe. Äh, ich wollte da reingehen! Oh, das ist wieder unsere Bude, ne? Wo wir mit den Eltern gewohnt haben. Unsere nicht sehr... Nun ja. Unsere RTL-2-Eltern. Get tubing by bed, get needle from bathroom, find lighter, get spoon from coffee table, find full baggy. Ah, das sieht ehrlich gesagt nicht so aus, als wäre das was medizinisches. Ich bin ganz ehrlich, für einen Geist ist das eine sehr präzise Anweisung. Get tubing by bed. Ach, ii! Ah! Mir ist ein Insekt grad in den Nacken geflogen. Doch nicht bei dem Spiel, Mann! Das darf nicht wahr sein! Ich... Ich seh das... Ist das das Tubing? Boah! Junge! Ist mir vorhin schon am Arm gelandet! Das war kein Insekt. Okay, gut. Dann... Ist das hier aber das Bett? Ich bin ehrlich gesagt nicht sicher, weil hier ist ja auch noch so ein sehr schönes, äh... Ausgebaut... Ist das hier das... Was ist denn hier das Bett? Get tubing by bed. Get needle from bathroom. Das hier ist die Nadel. So stell ich mir die mal vor. Ne, wie soll ich denn hier eine Nadel finden? Kannst dann uns die Anleitung in die Irre führen? Ja, zurück. Nochmal testweise. Ah! Na, so'n Zufall. Ich seh halt keine Tubings. Hier ist so'n... So'n... So'n Freisprechdingens. Burgerbag. So, das sind die Tubings? Ach, ich muss mich hocken, damit ich die kriege. Okay, Tubing for Bloodflow. Alles klar. Okay, gut, gut, gut. Entschuldigung. Und hier fällt der Schatten drauf. Ich hab die grad nur ganz kurz eben gesehen. Okay. Needle... Syringe... Cool. Find Leiter. Find! Okay, das ist das Beste. Hier in dem Müllhafen was zu finden ist, äh... Äh, da haben wir schon. Gott sei Dank. Ähm... Get Spoon from Coffee Table. Ach, das... Oh, ich dachte, das wär'n... Ich dachte, das wär so'n Freisprechding, so'n Bluetooth-Ding, wie man das, äh, gerne mal hatte. Oh. Okay. Find Full Baggy und Kitchen's Counter. Einer von denen da? Full Baggy? Das ist... Jetzt hab' ich Phantom-Kitzel. Das ist Milch. Die würd' ich aber auch nicht mehr trinken, wenn ich ehrlich bin. Ach, das hier ist Baggy. Ja, das hab' ich mir gedacht. Wir wussten alle, wo's zu das führen wird. Oh. Oh, das hab' ich mir nicht gedacht. Wir hätten, glaub' ich, eh nicht weglaufen können, ne? Die Tür war ja geschlossen hinten. Also, wir wären nicht weit gekommen. Also, warte mal. Aber wir können jetzt vielleicht... Doch, hab' ich. Au! Ha! Boah! Das ging schnell! Aber... Haben wir denn'n Ergebnis? Ich... Hopp. Nicht... Hier ist doch... Ich... Ist doch nichts. Ach, da war das Streichholz. Siehste. One left. Kann ich ne Kerze anmachen vielleicht? 1970. Da haben wir's wieder. Äh... Ach, hier! Da ist der kleine Angelhaken. Okay. Damit haben wir drei Runen. Und damit haben wir hoffentlich schon den Dämonen. Ich würde mich freuen. So. Ich mach' jetzt mal zu, hier damit... Äh, ne? Hier keine Luftfeuchtigkeit reinzieht aus Versehen. Okay. Ich komm' gleich wieder zu Ihnen. Aber ich hab' jetzt erst mal... ...ganz kurz eben ein Meeting hier hinten. Mit diesem merkwürdigen Schrank. Und das Zeichen... ...ist das hier. Okay. Wir haben jetzt also erfolgreich... ...diese drei Runen. Und ich hoffe, die reichen schon, um... ...den Übeltäter rauszufinden. Mein Name ist... ...Herr Solmecke. Und wir werden jetzt mal schauen... ...ob wir... ...den Übeltäter finden. Dazu geh' ich mal hier in meine Applikation... ...der Taschenanwalt. Wir vertagen das mal. Was war das für ein Geräusch? Nichts. Es war einfach gar nichts. Okay. War meine Hüfte. Ähm... Wie war noch mal... Wie war noch mal... ...der Code... Warte, da muss ich noch tausendmal zurückscrollen. Wär schön, wenn das immer frei wäre. 8... ...1... ...4... ...6... ...1... ...5... ...8... ...1... ...4... ...6... ...1... ...5... ...4... ...1... ...1... ...1... ...4... ...1... Alles klar, 50-50, let's go. Ganz easy. Warum nicht gleich so? Nein, falsches Ding. Hier müssen wir rein. Hier müssen wir rein. Ganz wieder Fotos zurück. Warte, sein Arm. Ich gucke gleich mit seinem Arm. Ich will nur mal eben ganz schnell hier, ja? Emulation. Angelhaken. Aber das kann es nicht sein. Ich orientiere mich mal am Angelhaken. Alles, was ein Angelhaken hat, das ist schon mal nicht hier. Warte, gut. Warte, gut. Invidius. Hallo, High Five. Kein Angelhaken. Hier ist der Angelhaken. Aber die anderen beiden haben wir nicht. Angelhaken. Aber die anderen haben wir nicht. Okay. Desolation. Das ist es. Variketh ist es. Es ist Variketh. Okay, let's go. Dann einmal kurz Foto machen. Variketh. Ich komm gleich. Ich muss das jetzt machen, ne? Okay, let's go. Ist es das, was wir kennen oder was anderes? Ist es das, was wir bereits kennen oder was anderes? Es ist das, was wir... Nee, das kennen wir schon. Okay. Schatz. Schatz. Immer draußen. Wir sind immer draußen. Das ist doch nicht wahr. Okay, okay, okay. Da nochmal. Wir gehen wieder rein. Es gibt bestimmt noch ein Ende, wo man nach Hause fährt. Nicht hinfallt, nicht hinfallt, nicht hinfallt, nicht hinfallt. So. Okay. Dann lass mal eben ganz kurz die Rune machen. So. Das ist richtig. Die beiden sind auch vertauscht. Dann... Mach ich mal ganz kurz den da rein. Mach den hier rein. Und mach den Angler da rein. Und unten kommt jetzt das Set rein. So. Wir haben das fertig. Und wo war denn hier stehen geblieben? Mix Cleaner. Ah ja, 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 ja. Easy. Die kommen jetzt mal rein da. So. Jetzt müssen wir nur noch die richtige Leiche finden. Dann haben wir es... ...schwider gemacht. Wenn wir die richtige Leiche finden, sind wir wieder durch. Zeig mir dein schönes Gesicht. Ich spiel, ich spiel Tetris. Stich, ich spiel. Hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü-hü. Spielen. Entschuldigung Man muss sich Man muss sich zu helfen wissen So Okay, Leiche Nummer 3 1, 2 oder 3 Letzte Chance vorbei Dann geh ich nochmal hier rüber Und jetzt müssten wir ja Nochmal ganz kurz eben Ich dachte die zucken manchmal Nichts Ist auch nichts Ist nichts Neues Nichts Neues Und da ist auch nichts, ne? Hätten wir sonst gesehen Der ist es nicht Er ist es nicht Glaube ich Glaube ich Ich glaube das Mal ist auffälliger, oder? Ich hoffe ich mach das jetzt nicht zu schnell Oder ich bin zu ungeduldig Oder will er zu schnell durch So Letztes Mal war es Le Frau Wenn es nicht mal wieder Le Frau ist Dann erkenne ich ein Muster So Le Frau Das hat sie vorher schon gehabt Nö Das ist auch nichts Es ist der dritte, oder? Ich glaube es ist der dritte Hier ist nichts Es ist der dritte Oder ich bin Oder ich bin ungründlich Oh hallo Da lief gerade einer durch mich durch Mann ich hasse das Nimm mich doch mal wahr Hilfe Ich glaube der ist clean Ich sehe nichts Oh Ist es wieder soweit? Ist es wieder soweit? Okay Da ist irgendwas Oh Ich glaube mit ihm stimmt alle Alter Das ist ekelhaft Ich glaube mit ihm stimmt alles Oh Fuck my life Fuck my life Fuck my life Oh fuck my life So Okay Komm mal mit Wir wollen natürlich sicher gehen Weil das war natürlich Verrenkung Das war Es könnte auch noch Breakdance sein Muscle Memory nennen wir das Ja Einmal Breaker Immer Breaker Das Geräusch kennen wir ja auch schon wieder Das hat er ja schon vorher Aber auf der anderen Seite habe ich gerade was gesehen Ich bin mir nicht sicher ob es das ist Hat er das vorher schon? Nee ne Hat er das vorher schon? Ja Aber dann hat der keiner irgendwas Dann hat der keiner irgendwas Dann habe ich irgendwen übersehen Alles klar Oh my sweet summer child Gönn dir doch mal Eine schöne Scheibe So So diesmal war man gar nicht in dem Ding ne Und jetzt müsste ja eigentlich ein anderes Ende kommen Schauen wir mal Oh Gott ist der Ist der schwer So Wenn es nichts fixt Dann macht es dir bestimmt nichts aus Einmal ganz kurz in den Dämonenkeller Ja Ja grüßle Chuck Ja bitte Das war es gar nicht so Ich trage eine Menge Es ist mir Es ist mir ich war Ostt Ja Ja Und Ich bin Ich bin Ich bin Okay, jetzt müsste ein ähnliches Ende kommen. Ich habe nie einfach nur hier rausgebracht. Du hast es gewohnt. Ich werde sicher, dass die Boden besser auszunehmen. Raymond, wird das überhaupt enden? Ich weiß gar nicht. Ich habe das schon lange gemacht, Rebecca. Ich habe allgemein geheißen, alles, was ich kann. Ich habe nie gefunden, etwas, was zu stoppen. So, no. I don't think it does. So, we're just like this forever? It was hard for me too. But this is the life we get. We have to face our worst selves constantly. But the better we know ourselves, the stronger we are. Why don't you head home? Get some rest. Who knows what's coming tonight? Scheiß Job. Ja, diesmal Ending 2 von 5. Oh, Times Possessed haben wir letzte Runde gemacht, den Speedrun haben wir das gemacht, ne? Ähm, okay. Wir haben ein anderes Ending freigeschaltet, und zwar, weil wir einfach nicht wussten, wir wussten einfach nicht, äh, nicht alles. Zwei Endings haben wir jetzt. Drei Endings to go. Aber ich weiß halt auch nicht genau, was man... Ich weiß auch nicht genau, was man noch machen kann. Ich würde gerne... Einmal die falschen Runen würde ich probieren gerne, aber ich hab Angst, dass es wieder so ein Game Over gibt, und wie das, und das so nicht bringt, äh, nichts bringt. Valerie freilassen, weiß ich gar nicht, ob das möglich ist überhaupt. Wir hatten jetzt, wir hatten jetzt einmal das Happy End, also das, äh, wir wissen alles Ende, dann hat man das, wir wissen nichts Ende, und wir hatten einen Game Over mit, äh, wir sind besessen. Wir dürfen also, wir dürfen also nicht besessen werden, sondern wir müssen... Hm. Ich hab halt Angst, wenn wir, wenn wir eine falsche Rune machen am Ende. So, just for fun. Beim, wenn wir das Blut weglassen, dann wissen wir nicht, wer der Dämon ist. Dann werden wir nicht rausfinden, wer der Dämon ist. Wenn man wen anderes verbrennt, ist man einfach Game Over. Was mich interessieren würde... Was passiert, wenn man... Direkt eine Leiche verbrennt, und es ist zuwilliger Dämon. Aber du brauchst ja den Namen dafür, das wird nichts bringen. Das ist, glaub ich, das gleiche wie mit einer falschen Rune am Ende, ne? Die Jahresmünzen, die wir am Anfang finden, für die Alkoholiker-Geschichte. Ich glaube, dadurch schalten wir andere Erinnerungen frei. Also, ne, die hat... Sie hat ja manchmal diese Flashbacks, gerade eben auch mit dem Löffelchen, wo sie saß und hier schön... Frankfurter Bahnhofslegende, äh, gekosplayt hat. Und, ähm... Ich glaub, mit diesen Münzen schalten wir so ein bisschen diese Vergangenheit frei, wo sie dann auch in dieser Klinik war. Die haben wir in der Demo gesehen. Da will ich nicht spoilern, aber da gibt's noch diesen Flashback mit der Klinik. Ich glaube, dafür sind die Münzen da, dass man so ein bisschen mehr über sie erfährt. Hm. Ansonsten weiß ich nicht. Ich würde wahnsinnig gern direkt nach Hause fahren, aber es geht nicht, weil das Gate dicht ist. Und weil der Wagen nicht anspringt. Hm. Das müsste schnell gehen. Das probieren wir jetzt mal aus. Warte kurz. Dum 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 dum. La 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 la. Eigentlich dürfte es... Eigentlich dürften wir es nicht machen können. Die nehme ich auch mit. Ich frage mich immer noch, ob die Kette irgendwas macht. Vielleicht wieder eine Großmutter irgendwas oder... Sie sagt, I love you, Dad. Mach das so. Wir fahren mal los. Ich versuche mal gerade noch den nächsten Speedrun. Mal gucken, ob es funktioniert. Mal gucken. Mal gucken. Ich bin gespannt, ob das funktioniert Kann sein, dass es natürlich Überhaupt nicht klappt, aber Bei den anderen klappt es ja auch Äh, so Aha, das ist ja Oh nein, wir haben den Old Key ja noch gar nicht Oh, wir können keinen Speedrun machen Oh, das ist aber interessant Oh, cool Äh, spitze Oh, was ist denn da? Spannende Briefe hier So, oh, okay Dann rein da Ja gut, dann können wir hier noch nichts machen Schade Ach nee, warte mal Nee, warte mal Der Schlüssel, den wir beim zweiten Bei diesem Dämonen-Ding kriegen Das ist der Schlüssel für die andere Warte mal, wir kriegen den Old Key Wir kriegen den Old Key doch hier, oder? Nö, grad nicht Ich hab echt keine Zeit Oh, den können wir mitnehmen Äh, wo war denn der Old Key? Tausendmal gespielt? Ach, das war so sehr Conversion, so bla bla Ich weiß nicht, wo der war Ach, der war, war der hier? Ne, das waren die Schlüssel Mr. Delvers Extra Keys Ach, hä, wir sind jetzt hier Hä, warum sind wir jetzt hier? Hä? Hier war der Hier war der Large Old Key Alles klar Das Oh Gott Lange her, dass wir den geholt haben Probieren wir jetzt nochmal Ups Ich hab ganz vergessen, wo der war Naja, man lernt die ganze Sache nicht auswendig Ich glaube, beim 70. Run, da macht's einfach so Zack, zack, zack und dann war's das So, hallo, hallo, hallo Hmm I'm so alone And scared I can't use that here I'm fucking scared Can you hear me? That's not it I'm fucking scared You Help Me Get me the fuck out here I can't use that I can't use that here Können wir den nicht anzünden? Freilassen geht auch nicht Halt die Fresse Schade, ich kann nicht selber zumachen, ich wollte einfach zumachen So, ja, hat sie nicht unrecht You'll be here soon, da hat sie nicht so unrecht Aber leider Ich dachte, wir können sie anzünden irgendwie Kann man vielleicht Nee, ne? Tankcleaner Ist das brennbar? Ist auf jeden Fall giftig Ja, ich weiß, ob das Ich weiß, ob das funktioniert Wahrscheinlich nicht, ne? Da ist die Hand Wir können halt nix Hier bei ihr, gibt es einfach kein E, kein gar nix Ich kann das Ding nicht abnehmen, ich kann nichts Bei ihr machen, leider Nee, das funktioniert leider nicht Ich würde wahnsinnig gerne Irgendwann bei ihr machen, aber leider Doof So, droppe die Drop Tja, nun Schade Und woanders geht auch nicht, ne? Hier reinsitzen geht auch nicht, ne? Hm Was können wir noch machen? Skalpell Bei einem Holzsack Ein Skalpell Soll ich meine Initialen reinschnitzen, oder was? Mit dem Herzchen drum? Ja, nie Was denn? Was passiert, wenn ich gar nichts mache? Was passiert, wenn ich gar nichts mache? Parmakoks Levenpokta Lamakok Wieso kannst du frisches Blut holen? Wieso nicht? Hä? Das gehört zum Game Ich glaube nicht, dass wir irgendwas Dass wir irgendwas bei ihr machen können Ich glaube nicht, dass da irgendwas klappt Benutzt mal ihre Rune Es geht nicht, Leute Wir haben, wir haben bei ihr Guck mal, die Tür Die hat so ein Handsymbol Sachen, die man benutzen kann Mit dem man es machen kann Haben wir immer so ein Symbol Andere Sachen haben immer dieses kleine X hier in der Mitte Da, wo man nichts machen kann Und bei ihr da unten mit dem Sarg Kann man nichts machen Es gibt keinen Actionpunkt Kein gar nichts Da gibt es aber nichts Guck, hier können wir aufmachen Aha Aber hier bei ihr Wir können halt nichts machen Außer eine ganz merkwürdige Perspektive Wenn wir nach unten gucken Hier ist Und mit dem Skypell können wir auch nichts machen Ne Wir können leider auch das Schloss nicht öffnen Gar nichts Nun Nun, nun Ich würde gerne nach Hause fahren Darf ich zu Valerie was sagen? Nein, bitte nicht Wenn du irgendwas weißt, was wir nicht wissen Sag bitte nichts Bitte nicht spoilern Wir werden das auf jeden Fall nochmal spielen So, hier kann man auch nichts machen Ich wünschte, man könnte einfach nach Hause fahren Da käme dann irgendwas anderes Aber das Tor ist einfach abgeschlossen Das fände ich halt cool Wenn das gehen würde Ich habe halt Schritte gehört Ah, wir können ja nicht nach Hause fahren Okay, wir können ja nicht nach Hause fahren Ich würde sagen Wir machen nochmal irgendwann eine Runde Aber nicht heute Weil es hier echt scheiße warm ist gerade Also, hier stehen eine Runde Bien Wir spielen Vielen Dank